Zell im Wiesenthal, Mambach. Aus unbekannte Ursache finge nach Mitteilung der Polizei am Montag, den 13. Februar 2023, gegen 14.15 Uhr die gelben Säcke in einem Müllwagen auf der B317 zwischen Zell Atzenbach und Mambach kurz vor dem Ortseingang Mambach anzubrennen. Der Brand konnte durch die Feuerwehrabteilungen Atzenbach, Mambach und Zell gelöscht werden. Die gelben Säcke wurden teilweise aus dem LKW entfernt und draußen und im Innern des Fahrzeuges gelöscht. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht an der Hand verletzt. Es ist noch nicht bekannt, ob am LKW Sachschaden entstanden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017